Nein! Ich komme! Wir sind zu zweit. Ich hab einen. Ich hab einen. Aber ich hab keine HP mehr. Ich bin hier gewesen. Okay, komm. Komm, lass es. Ich geh. Einer ist tot. Komm zu mir, komm zu mir. Hast du den nur gefinisht oder? Ich hab einen, nein, ich hab einen genockt und der andere ist aber direkt neben dem gewesen. Ich hab keine Moni. Kann ich ja eher Moni vor dir haben? Ja, ich hab ein bisschen. Ich hab nur vier. Jera, wow. Ich hab selber nur sieben. Ja, die waren halt hier. Oh, ich hab hier, ich glaube. Nollis in XP, man so. Ach, macht keiner Wunder. Äh. Äh. Scheiße. Geschütz. 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 Und Brutus. Oh, verdammt. Ich bin ja auch nicht mehr gefahren. Ich hab keine Moni. Ich hab nur ne Pistel. Boah, der hat so richtig versucht mich zu, äh. Ich hab Brutus. Ich hab Brutus. Okay, gut. Boah, ich bin grad komplett übervoll. Ich nehm einfach alles mit. Ich hab Brutus, Minigan und die Karte. Scheiße. Scheiße. Da liegt noch ne Minigan rum, ne? Also. Hier, die Minigan. Ja, ja. Ich hab zwei, ich hab die beiden geholt, übrigens. Der Spresor geht grad auf. Also, komm. Oh, ja. Auch du hast geholt. Okay. Oh, du, 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 du. Hä? Da ist ja voll der Scheiß drin. Ja. Hä? Ja, hier war halt eine gute Waffe drin und die hab ich halt genommen, also. Welche denn? Ähm, hier. Sabenschnuckelbeer. Ah, okay. Das war bescheuert, wenn du dich unbedingt haben willst, ne? Ich hab ja schon ne Minigan. Aber du hast auch ne Minigan. Adios. Was? Ich komm mal auf. Hä? Wo bin ich? RIP? Hallo. Ähm, ja. Das Problem ist, wir müssen zurück. Wir können nicht zurück. Oh. Das geht nicht. Aha. Wir brauchen den kack Helikopter. Wir brauchen den Helikopter, Mann. Wo den willst du denn? Helikopter. Wo den willst du denn? Helikopter. Ach so. Der ist da. Wo ist der? Ja. RIP? Weil ich bin einfach gut mit der Minigan. Ah, aber mit meinem ersten Skin meine ich natürlich Zenith war mein erstes Skin. Und ich find den immer noch cool. Und Lux. Und Lux. Ja, 10. Allgemein Season 7. Season 7. Season 7. Season 7 Battle pass mal. Nice. Ja, der war echt cool. Der war mal was Neues. Also jetzt sind's ja fast nur noch so nachmachen. Ja. Problem ist... Oh. Ach so, stimmt. Wasser. Ne? Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Aber ich tan nicht. Dann hab ich keinen Stress. Aber wenn du... Mach's so. Aber wenn du mich nicht angreifst, dann ist deine Tarnung wahrscheinlich auch wieder weg, ne? Ich glaub dir so. Ja, ich bin... Einer von ihnen. Ich... Ich... Komm. 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 Komm rein. Sag an! Was war das? Sie werden abgeführt. Gut. Wir sind weg. Jetzt kann ich mal ein bisschen Inventar sortieren. Du 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 du. Und wir schreddern den Baum. Uh. Und wir schreddern auch mehr Bäume. Der kriegt davon voll den Schaden, alter. Ich weiß. Aber ich mach's trotzdem. Was? Ich soll aussteigen? Okay. Das hab ich nicht gesagt. Aber guck mal, jetzt stürzt der Helikopter ab. Swag. Swag. Warte. Da ist ein Gegner. Swag. Okay. Du fliegst. Ich komm vom Boden auf den. Auf die. Ist nur einer? Nein, hier ist auch einer. Irgendwo. Ja, hier. Hab ihn. Und der war alleine. Ab ein. Ist der Mate. Da. Hab ihn. Okay, nice. Waren ja alle mega los. Ich hab. Der war komplett überfordert mit seiner Situation gerade gegen mich. Ja. Er hat so gedacht, oh. Da ein Gegner. Da ein Gegner. Aber Mindy Gang war für eine kurze Zeit richtig, richtig gut. Dann wurde sie wieder richtig schlecht. Und jetzt ist sie wieder richtig okay. Und dann wurde sie jetzt wieder richtig gut. Jetzt ist sie so stark wie noch nie zuvor. Und da hinten? Ist auch ein Gegner. Wo denn? Hier, direkt am Haus. In dieser kleinen Hütte. Dürfte er sein. Zumindest hab ich ihn hier gesehen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nein! Nein! Er ist voll low! Er ist voll low! Oh, der finischt mich so ekelhaft. Ich hasse Finisher! Oh, er war... Na, danke. So! Weiß sie jetzt, wie das ist? Kannst du mich, äh, kannst du mir... Ach so. Was soll ich machen? Kannst du mir irgendwas mitnehmen, damit ich ne Waffe habe? Nein! Mellow! Und dann noch von No Skin. Aber es kann ja auch sein, dass er gut war. Okay, komm, noch ne Runde. Okay, Leute, das war's für dieses kurze Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hab da jetzt leider die letzte Runde rausgeschnitten, weil die Aufnahme einfach nicht zu gebrauchen war. Es hat einfach komisch gelaggt. Ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Aber dafür habt ihr jetzt hier mal so ne kleine erste Runde. Mal wieder mit dem Paul. Ist ja lange her, dass es das letzte Mal mal ne Runde mit ihm war. Und ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute! Z mehrere 토해도 erinnere. nouvelles Ent好吃 ward Define Abba